Menschen quälen andere Menschen, schalten ab und walten stumm, denken nicht an Konsequenzen, setzen nur Befehle um, sie in wenig Sinn im Leben, treten es mit Stiefeln klein, können Lust und Macht erleben, wenn die Folteropfer schreien, Menschen zwingen andere Menschen auf den Strich und in die Knie, sehen nur die eigenen Wünsche, andere Menschen sehen sie nie, ihre Seele scheint ein Geldsack und sie denken nur daran, wie man diesen prallen Geldsack noch und noch mehr füllen kann. Menschen nerven ihre Nachbarn und entwickeln Strategien, wie sie die, die einmal nett waren, in ein Hassverhältnis ziehen. Rechtsanwälte schreiben Briefe, nein, man schaut sich nicht mehr an und erstickt im eigenen Miefe, weil man sich nicht riechen kann. Menschen hetzen andere Leute durch das Leben in den Tod. Neben mir im Hier und Heute lebt ein Mensch in Lebensnot. Doch ich lege Holz ins Feuer, lasse draußen draußen sein. Mensch, du bist mir ungeheuer. Mensch, da schließe ich mich ein.